Der Merseburger Dom hütet seit vielen Jahren einen ganz besonderen Schatz. Die Merseburger Zaubersprüche, heidnische Beschwörungsformeln voller Magie. Wir haben als Stiftung den Antrag auf Aufnahme ins Weltdokumentenerbe gestellt und es lag dann ziemlich nahe, auch mit diesen Merseburger Zaubersprüchen den Produktcheck Saale und Sprut zu durchlaufen. Diese besonderen Zaubersprüche sind für uns eine Spitzenleistung. Für den Merseburger Kaiserdom haben wir als Marketing-Slogan Zauber, Klang und Mythos. Den Zauber und den Klang, den vermitteln wir an unsere Gäste. Aber wir haben uns natürlich auch erhofft, durch den Produktcheck auch noch mal einen Blick von außen zu bekommen, um so die Merseburger Zaubersprüche zukünftig noch besser an unsere Gäste zu vermitteln. Wir sind seit vielen Jahren als Stiftung Partner im Saale-Unstruth-Tourismus-Verein und gemeinsam haben wir Marketingmaßnahmen entwickelt, um den Kaiserdom und natürlich unsere Kunstwerke, Kunstschätze an die Gäste zu vermitteln. Und wir haben in Saale-Unstruth einen sehr starken Partner. Und wir haben in Saale-Unstruth einen sehr starken Partner. Und wir haben in Saale-Unstruth-Tourismus-Verein die Gäste zu vermitteln. Und wir haben in Saale-Unstruth-Tourismus-Verein. Und wir haben in Saale-Unstruth-Tourismus-Verein.